Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier zu Wattkosti-Welt mit meinen grandiosen Kandidaten Paul und Oliver. Ich werde den Jungs Produkte präsentieren. Und dazu kommen zwei Regeländerungen, was den ersten Testlauf angeht. Denn ich habe mir euer Feedback angeguckt. Es ist in Zukunft kein Ausschlusskriterium mehr, wenn man den Preis überbietet. Okay. Man darf überbieten. Das ist kein Problem mehr. Es wird nicht mehr als automatisch rausgewertet. Es geht immer noch darum, wer am nächsten am Originalpreis dran ist. Es zählen die aktuellen Preise, zu denen die Produkte zu haben sind. Und auch noch ein ganz wichtiger Fakt ist, ich bin jetzt mal sehr gut vorbereitet, was Informationen zu den Produkten angeht. Denn es sind die verschiedensten Sachen mit dabei. Also die Preise dafür mal eben zu schätzen, wird nicht ganz so einfach. Ihr dürft mir also auch Löcher in den Bauch fragen. was die Produkte angeht. Und ich werde versuchen, euch all eure Fragen zu beantworten. Solange, bis ihr euch auf eine konkrete Schätzung quasi für euch selbst einigen könnt. Und jetzt geht es auch los, Freunde, mit dem ersten Produkt. Ah ja. Ah, Unisex. Ihr seht hier, Sekunde, ich kann das für euch natürlich noch ein Stück ranholen. Ah ja, sehr schön. Ihr seht hier, die wasserdichte Kinder-Smartwatch, SOS-Anti-Verlorene-Smartwatch, Baby-2G-SIM-Karte-Uranruf-Lage-Tracker-Smartwatch, pink, in blau. 2G? Ja, also erst mal, ist es Anti-Verloren-Smartwatch, ja? Kannst du die nicht verlieren? Oder es geht wahrscheinlich darum, dass du dein Kind damit immer wieder findest? Es geht darum, dass man damit etwas wiederfindet. Allerdings müsst ihr dazu wissen, es handelt sich bei dem Anti-Verloren nur um ein akustisches Signal. Ah, kein GPS, obwohl es eine SIM-Karte hat. Ich mag die Eigenschaften übrigens. Vor allem Sternchen, die Zeitanzeige. Ja. Sehr schön. Auch Sternchen, Silikonwand ist sehr angenehm zu fühlen. Und noch besser, 1,44 Zoll Farbtouchscreen, stark und Anti-Drop. Jetzt frage ich mich, bedeutet das, dass das die ganze Uhr Anti-Drop ist, weil der Touchscreen Anti-Drop ist? Oder ist nur der Touchscreen in der Uhr Anti-Drop? Nee, nee, wenn es aufs Uhrenband kommt, dann geht die kaputt. Nee, dann fällt sie nicht runter. Ihr habt übrigens die Möglichkeit, mit dieser Uhr auch Fotos zu machen, zum Beispiel. Oh. Okay. Sie ist GSM-Mikro-SIM-Karten-kompatibel. Es gibt noch keine Bewertung. Aber da steht doch... Da steht doch sogar, zeigt den Echtzeitstandort der Uhr an, sehe ich da. Im Grauen. Ja, zeigt den Echtzeitstandort der Uhr an. Allerdings ist das nicht die Version, die ihr hier gerade seht. Aha. Dann weiß ich schon mal, glaube ich, auf welcher Plattform wir sind. Nein, das weißt du nicht, weil das ist von real.de. Das ist dasselbe wie Wish. Das wollte ich gerade sagen. Real ist, wenn du Wish auf Wish bestellst, Alter. Obwohl, einmal hin, alles drin. Es ist der Online-Shop von real, wo es die gibt. Ich habe was aufgeschrieben. Ich habe auch was aufgeschrieben. Ihr könnt damit, wie gesagt, Fotos machen, ihr könnt damit Videos machen und ihr könnt auch über die dazu gelieferte App einfach mit der Uhr kommunizieren. Wir betrügen uns ja nicht, Olli, ne? So. Dann meine Frage an euch. Ehrenbrüder, Alter. Das ist eure Schätzung. Also ich habe aufgeschrieben 39,99. Oder bist du aber günstig. Ich habe 120, Alter. Okay. Ich sage mal so, ihr liegt beide drüber. Damit hat Paul den Punkt, denn sie kostet 29,99. Was? Ich habe zuerst überlegt, was kostet denn so ein Billig-Smartphone, weil da sind ja alle Funktionen drin, die so ein Billig-Smartphone hat, nur kleiner. 29,99. Der Preis dafür. Stark. Ich war zuerst tatsächlich bei 69 und habe dann gedacht, ne. Da ziehst du nochmal drei sehr ab. Paul, das muss ich mir irgendwie notieren. Kann man nicht verlieren. Wird in den Arm implantiert und mit dem Knochen verschraubt. Ja, geil. Finde ich gut. Ich habe keinen Stift. Im Chat muss sich das jetzt jemand... Ah, ne, ich habe einen Stift. Alles gut. Ich habe bei mir jetzt einfach ein P dran geschrieben. Ne, ne, ist in Ordnung. Ich kann, äh, Paul, ein Punkt. So, habe ich mir notiert. Das nächste Produkt, Freunde. Auch ganz fantastisch. Schaut es euch an. Uuuh. Auch dazu habe ich noch ein paar Zusatzinformationen, falls ihr welche brauchen solltet. Aber ihr seht eigentlich das meiste. Ich will es haben. Der Influx-Chopper One. Elektroroller-Scooter-2000-Watt-Motor. Straßenzulassung bis zu 45 kmh. Handelt sich trotzdem per Gesetz um einen E-Scooter. Okay. Ich meine, ja, 2000 Watt. Also ungefähr so viel wie mein Wasserkocher. Eine Reichweite von 35 Kilometern übrigens, mit dem Akku, der dabei ist. Nicht schlecht. Bei 45 kmh und Straßenzulassung finde ich ja schon stark. Ihr seht, ein Radstand von 1,60 Meter. Alter. Blinker, ausklappbare Tritte. Alter. 20 Amperestunden Batterie. Okay. Das ist nicht so viel. 100 Kilogramm passen da drauf. Gehen da drauf. Ich denke aber, der wird schon ein bisschen was kosten. Moment. 35 Kilometer Reichweite bis zu 70 Kilometer Reichweite ist... Ach, Akku ist erweiterbar. Ja. Ich hab was aufgeschrieben, Paul. Ich hab was aufgeschrieben. Ich hab auch was aufgeschrieben. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich noch eine Frage stellen möchte. Wenn sich Flo schon so vorbereitet hat... Du musst nicht, natürlich. Aber bei manchen Produkten, sag ich mal, hilft es. Also ich werde natürlich keine Fragen zum Preis beantworten. Ja, das ist keine Trollfrage. Nee, aber gut. Komm, Olli. Jetzt fang du mal an. Ja, ich sag 4.300 Euro. Okay. Fuck. Ich hab 2.999. Okay. Damit geht der Punkt bei einem Preis von 1.799 Euro und 99 Cent an Paul. Das ist so günstig. Nice. Kannst du bitte drei bestellen? Ich hätte jetzt gedacht, so wie das Ding designt ist und mit der Marco. Es gab noch 17 beantwortete Fragen, Nachfrage. Also hoch hätte ich gedacht, die ticken das Ding teurer. So Elektrofein. Ich auch, aber ich hab so ein Ding im KDW gesehen. Und der kam 4.000. Und dann dachte ich, KDW schlägt mindestens ein Tausender drauf. Ja, klar. Guter Call. Krass. Aber es war ja noch günstiger. Ja. Vielen Dank übrigens an Meisel und herzlichen Glückwunsch an Paul. Es folgt das nächste Produkt, Freunde. Ganz besonders spannende Angelegenheit. Ihr seht es. Es ist das Bunkerboster Blasrohr. 61 Zentimeter Kaliber 40 schwarz inklusive Zubehör. Also ihr seht, all diese Pfeile und Pfeilhalterungen sowie die Pfeilspitzen sind mit im Preis enthalten. Und du hast da so ein kleines Zielding vorne? Ja. Das ist ja voll geil. Sind auch die Betäubungsmittel dabei, die du für die Pfeile brauchst? Nein. Hä. Hä. Ist in ein bis drei Werktagen bei dir. Ist vorrätig. Zählt das für dich sogar? Hast du das von zu Hause gemacht, ne? Ja. Wow. Schwierig. Was wird das kosten? Übrigens, falls es euch interessiert, was dabei sind, ist es sind acht Übungsbolzen Kaliber 40 mit dabei. Es sind acht Spitzkopfbolzen dabei, acht Rundkopfbolzen, 16 Nadelpfeile, 10 Speerspitzenpfeile. Es sind Giftpfeilkammerpfeile mit dabei. Die Halterungen für die Pfeile und Bolzen. Ein Tragegurt, zwei Mundstücke, ein Endstück mit Visier. Dann steht hier nur mehrere Zielscheiben und eine Artikelbeschreibung liegt auch noch bei. Aber das ist schon zum Jagen, oder? Das ist an sich für Freizeit und Sport. Ich weiß nicht, ob man jetzt direkt damit jagen kann. Wahrscheinlich, wenn sie Giftpfeile haben. Das klingt schon hochgradig professionell. Alter, ich habe keine Ahnung, was sowas kosten könnte. Nicht Null. Übrigens, die durchschnittliche Pfeilgeschwindigkeit, die ein Erwachsener damit erreicht, mit diesem Bunkerbuster Blasrohr, liegt bei ungefähr 45,5 Metern pro Sekunde. Was? Alter, das ist ja höchst gefährlich. Und das kann man einfach so kaufen? Ich sage mal so, das ist schneller als der Roller. Ja. Das ist wohl wahr, ja. Boah, schwer. Aber ich habe was aufgeschrieben, Paul. Wie ist es bei dir? Ich auch. Noch eine kleine Zusatzinfo. Bei den Pfeilen, die beiliegen, kommt es auf die Pfeile an. Ein Speerspitzenpfeil hat eine ungefähre Reichweite von ungefähr 17 Metern, während die Nadelpfeile lediglich eine ungefähre Reichweite von 13 Metern haben. Oh, da setze ich mich doch hier ans Fenster und nocke einfach jeden aus. Ja, gut. Dann mache ich wieder als erstes. Ich habe 2,99. Ich habe 2,40. Alles klar. Damit geht der Punkt, das kann ich schon mal sagen, ganz klar an Oliver. Das Gerät kostet, so wie es hier beschrieben ist, 24,98 Euro. Was? Was? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das ein professionelles Jagdgerät ist und deswegen ordentlich kostet. Ihr schätzt ordentlich hoch. Ja, okay, nein. Du kannst doch nicht eine Mordwaffe für 24,95 verdicken. Kannst du ja auch nicht, sind ja 24,98. Oh, Verzeihung. Kannst du davon bitte auch 3 Stück bestellen? Wo gibt es das, Flo? Ihr wird gerade direkt gefragt, wo kriegt man das? Nein. Doch, wieso? Du musst 18 Jahre alt sein, dann kannst du dir das bei Kotte Zeller bestellen. Ach, Kotte Zeller, guck an. Oh, meine Freunde, weißt du doch. Meine Homies. Ich bin jetzt tatsächlich in meiner Rechnung davon ausgegangen, was eine Jagdwaffe kostet. Also, wenn du dir jetzt irgendwie ein Gewehr kaufst, dann halt Plastik. Das Gewehr ist aber nicht ein Rohr aus Aluminium mit ein bisschen Plastik dran. Mag sein, aber das kann ja sein, dass da halt zertifiziert ist nach Schießmichtod wegen Giftscheiß. Ja, da ist ja kein Gift bei. Du kannst nur Flüssigkeiten in diese Kammerpfeile einführen. Kann man da keine Fallgiftfrösche mitbestellen? Das ist ja schade. Und keine Jagdwaffe. Das ist eindeutig eine Jagdwaffe. So, Freunde. Es folgt das nächste Produkt. Und dabei handelt es sich, wie ihr seht, um die Franck Müller Gravity. Eine Herrenuhr mit grauem Ziffernblatt und Alligatorenlederarmband. What? Alligatorenlederarmband? Ein kleiner Tipp für euch. Preisangebot unverbindlich anfordert. Ein kleiner Tipp für euch. Ja, ja. Aber es gibt natürlich, wie du siehst, eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Also, es gibt einen Verkaufspreis, der vom Hersteller angegeben ist. Die Seite, auf der ich gerne mal nach Uhren schaue, hat lediglich eben das Feature, dass du da auch gebrauchte Uhren bekommst und eben Preisangebote anfordern kannst. Ah, ist okay. Ein paar Tipps noch dazu. Die Marke Franck Müller gilt unter anderem als, ja, sie nennen sich selber die Meister der Komplikation. Komplikation ist ja in diesem Fall das Uhrwerk, die Unruhe, alles was dazu gehört. Also, the masters of complication. Das ganze Ding ist aus kratzfestem Saphirglas. Das Gehäuse besteht aus Titanium. Die Krone ebenfalls aus Titanium. Genauso wie die Lunette. Das ganze Ding ist skelettiert und zwar vollständig. Ihr könnt da bis auf euren Arm schauen. Es hat Leuchtzeiger. Was ist hier eine Leuchtzeiger? Es ist bis 30 Meter wasserdicht. Fuck. Schwierig. Also, bei Uhren, das kann ja alles sein. Aber ich hab was aufgeschrieben. Ich kenn die Marke leider überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich vollkommen verschätze, was ich hoffe, dann kaufe ich mir so eine. Also, mein erster Call lag beim Doppelten. Ich hab jetzt einfach 50% von meinem ersten Call genommen, weil ich mir denke, es ist... Was hast du? 16.999. 16.000? 16.999. Okay, ich hab 12.000, genau. Okay. Ich kann an dieser Stelle sagen, bei einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 119.510 Euro... Okay. ...gebt der Punkt an Olli. Ja, das ist ja gut. 16.000 sagen, weil ich mir schon sowas gedacht hab, aber das ist ja geil. Das ist ja schule. Frank Müller-Vengard ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Ich hab mich zwar grob verschätzt, aber auch noch mal in die... das ging jetzt in die falsche Richtung dann. Übrigens für... Vielen Dank an Cheshire Cat. Und damit steht es 2 zu 2. Für Simon Desu heißt sie übrigens Montagsuhr. Ja, aber für Simon Desu wurde die auch auf Wish bestellt. Guck mal, Aaron Tone schreibt im Chat, er hat 120.000 geschätzt. Oh, ja. So, Freunde, es folgt das nächste Produit. Und ihr seht... Was ist das zum Fick? ...mein Gel-Ökosystem einer Ameisenfarm. Eine Gel-Ameisen? Sowas gibt es? Nutzt man da nicht einfach Sand? Nein, es ist übrigens ein spektakuläres, sogenanntes Antquarium. Ein autarker Lebensraum für Pflanzen und Ameisen in perfekter Balance. Ähm, geeignet für Jung und Alt. Und im Lieferumfang enthalten, das ist für euch ganz interessant, im Lieferumfang enthalten sind übrigens... ...ein kleiner Behälter. Das Gel-Kit. Das Gel-Kit. Pflanzensamen, Holzstäbchen, Lupe, Anleitung, blau-transparentes Nährstoffgel. Und keine, ich wiederhole, keine Ameisen, diese sind separat erhältlich. Die sind separat erhältlich? Wo? Ja. Im Garten, Alter. Im selben Shop. Ja, was ist das für ein Shop? Ähm. Ameisenscout24. Also ich dachte, es wäre auch sowas wie real oder so. Nein, es ist Monstersachen.de. Ah. Oder so eben. Also ich hab was aufgeschrieben. Ich bin ja schnell was. Ich auch, aber... Ja, ich auch. Ich möchte nur ganz kurz... Ähm, das dient natürlich, diese normalen Ameisenfarmen mit Sand oder Erde oder so. Das siehst du ja immer nur am Rand. Deshalb müssen die ja super dünn sein. Ja? Ah, ja, ja, ja. Hier hast du ja den Vorteil, du kannst es breiter machen. Jetzt seh ich aber unten links dieses Foto mit diesem kleinen Kind. Das ist ja winzig. Das ist ja wirklich winzig. Die Abmessungen, äh, bei denen ihr mich übrigens auch jederzeit fragen könnt, was zum Beispiel so Sachen wie Gewichte und Maße angeht, ihr das nur nie tut, die Abmessungen sind 25 Zentimeter mal 5 Zentimeter mal 20 Zentimeter. Und das ganze Ding hat ein Gewicht inklusive dem Gel von 560 Gramm. Was sagen denn die zwei Kundenbewertungen? Sagst du, verrätst du uns das? Äh, die zwei Kundenbewertungen einmal versandt sehr schnell alles super und einmal mein Kind ist begeistert. Leider haben wir nicht sofort gesehen, dass die Ameisen nicht im Lieferumfang enthalten sind. Das heißt, die standen erst mal da und haben sich das angeguckt und haben darauf gewartet, dass sich was bewegt oder was? Das mit denen nicht erkannt, dass die im Lieferumfang enthalten sind, ist übrigens eine 4-Sterne. Aus welchem Material ist das? Du hast doch auch schon eingetippt, Olli, gib's doch zu. Willst du das noch ändern? Nach der Größe hab ich's geändert, weil, ähm, wie ist das gleichzeitig mit dir aufgefallen, weil, ähm, mir auf dem Bild die Größe der Ameisen aufgefallen ist und ich dachte, entweder sind die Ameisen wirklich riesig oder das Ding ist wirklich fucking klein. Okay, fängst du an, Paul? Oder fang ich an? Äh, ich, du, ich, du, ich, ich fang an. 12,99. Oh, wow, ich hab 34. 34 glatt? Ja. Okay. Schade, dass es 34 glatt sind, du hättest fast zwei Punkte verdient, es sind 34,99. Oh, lol! Nice, Mann! Sehr gut, ich werd warm. Alter! Olli geht mit einem Punkt in Führung, es steht 3 zu 2 für Olli. Wir werden doch beim Schätzen nicht verlieren, wo kommen wir denn da hin? Das stimmt, das geht nicht. Da bricht das Universum auseinander. Na, dann wird's Zeit, dann wird's Zeit. So, Freunde, seid ihr bereit? Es folgt das nächste Produkt, ich muss mich hier auf dem Monitor schon mal vorbereiten, da, ah ja. So. Uh. Das ist ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug mit einem schönen Öffnungs- und Zündmechanismus von der Firma Imperator. Weißt du, was mir wirklich zu denken gibt? Dass sie einen fucking Ständer für das Ding haben. Ja, ja. Aber das ist vielleicht auch deren Standardpräsentationsständer, wo die alle Fotos mitmachen. Das kann gut sein, aber das Ding sieht älter aus. Es ist auf jeden Fall used. Es ist used, oder? Also, steht die Frage im Raum, wie alt es ist. Ja. Also, geschätzt wurde es auf einen Herstellungszeitraum, da keine Papiere mit dabei sind, wurde es geschätzt auf einen Herstellungszeitraum, der ungefähr um 1911 bis 1915 liegt. Ist witzig. Ich wollte es nämlich gerade sagen, ich ordne das irgendwie so ein bisschen hier so Titanic-Zeit ein. Es hat so diese Titanic-Vibes. Wäre ja gar nicht schlecht gewesen. Ja. Wann ist die gesunken? 1912, ne? Ja, ich glaube. Ja. Ähm. Boah, ist nicht leicht. Danke übrigens an Nachtmuschel. Sehr verdientes Kompliment, wie ich finde. Das Problem bei so Antiquitäten ist ja, die können ja, die können ja entweder super Ramsch sein, oder die können einen hohen emotionalen Wert haben, oder einen hohen Sammlerwert. Ja. Boah. Korrekt. Übrigens, ähm, der Zustand wird als gebraucht, aber gut und voll funktionsfähig angegeben. Olli. Hab was aufgeschrieben. Dann bist du dran. Bin wahrscheinlich viel zu hoch, aber ich sag 434. Ah. 229. So. Bei einem Preis von 120 Euro glatt. Wow. Zieht Paul nach und es steht wieder 3 zu 3. Oh, jetzt aber nur die, die einzig wichtige Frage. Hast du zugeschlagen? Nein. Aber... Aber... Aber die haben wir zugeschlagen. Ja, ja, ja. Ja, ich hätte auch schon bei dem Roller zugeschlagen. Es folgt ein echtes Highlight. Es ist Zeit, auch in unser geliebtes, was kostet die Welt, ein bisschen Curiohudo zu verbreiten. Wir kommen zum starken Liebeszauber von erfahrener Hexe. Es ist ein starker Liebeszauber von Dark Witch Bambi. 1308 Verkäufe hat sie schon getätigt. 5 von 5 Sternen ist sie bewertet. 285 Shop-Bewertungen hat sie ebenfalls schon eingeheimst. Und wie auch Aiden D. bereits schrieb, ja. This spell has shown bits and pieces, though not life-changing. I am really happy with the results so far. Thanks, Bambi. Das ist ein Liebeszauber, der mit Hilfe meiner Geister und Absichten Mond-Ferry... What? Mond-Ferrys und Elves. Ach so. So wie Liebe-Baba-Jager-Geister. Und meine ganz eigene Hemlock-Fee unter Göttin Hekate gegossen wurde. Ich würde auch die Hilfe der Göttin Aphrodite und ihre Taubenschiebe beschwören. Kleiner Hinweis mit Doppelsternchen. Hinweis, dies ist nicht schwarze Magie, wie ich in meinem anderen Angebot biete. Oh, okay, kein Curiohudo. Aber ich hab einen Call. Ich hab einen Call, Paul. Schwarzes Curiohudo, Leute. Schwarzes Curiohudo. Nee, ich hab noch nix. Äh, warte. Das ist natürlich, äh... Die ist schon stark. Das ist ein Liebeszauber, ne? Das ist ein starker Liebeszauber von erfahrener Hexe, ne? Ja, ich hab auch einen Preis jetzt. Bloß die Frage, schlägt sich das irgendwie nieder, ne? Ja, ich hab einen Preis. Na dann los. Äh, 11,99. Wie viel? 11,99. Okay, Olli? Ich hab 25 Euro. Okay. Ich sag mal so. Der Punkt geht an Oliver. Nice. Denn der starke Liebeszauber von erfahrener Hexe kostet euch 88 Euro und 42 Cent. Was? Ist das jetzt 88 Euro wirklich? Ja. Kann sich ja keiner aussehen. Beschwer dich bei Darkwatch Bambi, Alter. Ich hab da raus. Alter, handgefertigt ist ja noch gut, aber übersetzt von Microsoft ist natürlich auch hart. Bestell ich mir nachher zwei. Einen für jetzt und einen für später. Ich dachte, einen für Paul und einen für mich. So, damit steht es an dieser Stelle 4 zu 3 für Olli. Und wir kommen zum nächsten Produkt. Ein kleines Highlight. Oh, nice! Ein Dopf. Ein sogenannter. Ein Barbecue Toro Dutch Oven Minddopf. Neun Liter. Sonderaktion inklusive sehr, ihr seht sie jetzt leider nicht, aber ich kann sie euch beschreiben. Es ist eine sehr schöne, helle Holzkiste. Zum Aufbewahren. Das Ding ist, ich habe zu Hause gusseiserne Pfannen und Töpfe. Ich weiß, was die kosten. Was kosten die denn, Olli? Ja, aber ich hab sie von einer bestimmten Marke. Und es ist nicht diese Marke. Allerdings steht da auch fett Sonderedition drauf gedruckt, was ich witzig finde. Sehr seltsam. Ähm... Das ist schon so ein Angeber-Ding. Ist Dopf eine Marke? Kennt man die so unter Gusseisenherstellern? Ne, Dopf heißt das Ding nur. Also die Dinge heißen Dopf oder Dutch Oven. Aber ich kenn's ja jetzt Dutch Oven, okay. Saugeil, das ist kümmer. Aber Dopf ist viel süßer. Aber es ist... Da kann man auch direkt ins Feuer stellen. Man kann auf den Deckel auch die Kohle drauf geben, zum Beispiel, dass es von oben und unten erwärmt wird. Man kann darin Schmorgerichte zubereiten. Man kann darin aber auch zum Beispiel backen. Ja, das gibt's auch. Oh, ich bin da, bin ich echt wieder raus, ne? Und falls ihr noch Informationen dazu haben wollt oder Fragen dazu habt... Neun Liter, wie schwer ist der denn? Der wiegt richtig. Ich würd sagen, der wiegt bestimmt seine 20 Kilo. 15 bis 20 Kilo. Alles kurz, ich lass dir gleich. Vielleicht ein bisschen weniger, kann sein. Aber es ist eigentlich schon... Gusseisen ist sehr, sehr, sehr schwer. Ja, ja, deswegen. Ah ja, hier, guck mal. Bei den Maßen. Ja, Maße werden wichtig, das stimmt. Aber neun Liter ist schon nicht wenig. Ist echt viel. 5,2 Liter Topfinhalt, 1,8 Liter Deckelinhalt. Also der Volumenmeter werden hier quasi angegeben. Anzahl der bewirteten Personen 8 bis 14. Optimales Geschenk für Grillfans. Das ganze Ding wiegt 18,4 Kilogramm. Gute Geschäfte, ne? Aber das wird ein 20 nicht schlecht. Ja, da bist schon... Nächstes Mal machen wir Gewichtsschätzen, Alter. Eigentlich eine geile Idee. Gewichtsschätzen von Bildern, ja. Finde ich auch gut. Mhm. Allerdings habt ihr eine ganz, ganz, ganz prekäre Frage noch nicht gestellt, die euch vielleicht helfen könnte. Und Olli hat sich schon verrannt. Den Tipp gebe ich. Olli hat sich schon verrannt. Mhm. Ist denn das Ding aus Gusseisen? Nein, ist es nicht. Die Frage habe ich aber vorhin gestellt. Es ist aus Edelstahl. Nein, du hast die Frage nicht gestellt. Du hast nur gesagt, du hast Gusseisen zu Hause. Okay, nee, du hast sie nicht gehört, aber ich habe wirklich gesagt, ist es das Ding aus Gusseisen. Dann tut es mir leid. Dann habe ich das überhört. Verzeihung. Aber dann ist es nur noch fairer, dass ich euch darauf hinweise, es ist aus Edelstahl. Aber darf sich das dann Dutch Oven schimpfen? Ja, aber da geht es um die Form, glaube ich. Aber Edelstahl macht das nicht mit, wenn du da Kohlen raufschmeißt oder das ins Feuerlegs. Das verzieht sich mit der Zeit. Ja, dann habe ich auf jeden Fall, danke. Ich habe auf jeden Fall meinen Preis etwas reduziert. Ich habe auch einen. Ich lasse den, den ich hatte. All right. Weil ich glaube, ich war eh ein bisschen zu günstig. Kleiner Lieber, vielen Dank. Und jetzt haut mal raus, Jungs. Ich habe 147 Euro. Okay, ich habe 89,99 Euro. Was war Olli nochmal? Entschuldigung. 147. Und Paul? 89,99 Euro. Also sind wir beide sehr nah dran, wenn er rechnen muss. Ja, sieht so aus. Liegt irgendwo zwischen uns. Dann geht der Punkt an Paul. Ja! Damit herrscht wieder Gleichstand, denn das Gerät kostet, so wie es da abgebildet ist, 109,95 Euro. Sad. Gut, dass ich die 100 vorne weggenommen habe. Waren wir beide aber sehr nah dran. Ja. Aber Schmutz, Alter. So was kaufst du dir aus Gusseisen. Leute, kauft so was nicht. Gusseisen, Dutch Oven, ist besser. Investiert dabei lieber einmal richtig Geld für so was. Ey, kostet mehr als ein Liebeszauber. So, du musst schon. So, Freunde. Jetzt geht es ans Eingemachte. Okay. Hierbei handelt es sich um einen zertifizierten 0,64 Karat Intense Blue. Rundbrilliant um einen natürlichen Diamanten. Ja. Das, was da noch steht, sind 5,54 Millimeter. So der Gesamtdurchmesser des kleinen geschliffenen Diamanten hier. Und die Bewertung S1. Oh, S1 hat er, ja? Ja. Ach stimmt, steht da ja. Ja, die Bewertung S1 sagt in diesem Falle aus, etwas unvollkommen in der Farbgebung. Genau. Also, ich weiß ja, dass, ich glaube, farbige Diamanten nicht so viel wert sind, wie die rein weißen, also die nicht farbigen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die, ähm, die, die nicht farbigen, ähm, beliebter sind, meine ich gehört zu haben. Ja, nein. Weil Farbe in dem Sinne ja so eine Art, äh, äh, nicht so rein ist. Irgendwie kann, ich, I don't know, ich meine das mal gehört zu haben. Ich weiß es nicht genau. Ein Rubin kann teurer sein als ein weißer Diamant. Nein, 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 Moment, Moment. Ich habe gerade gesagt, ein farbiger Diamant, nicht ein Rubin. Ja, das sind ja alles. Nein. Ein Rubin ist ein Rubin, oder? Rubin ist doch kein Diamant, oder? Das stimmt so nicht ganz. Es gibt Diamanten in verschiedener Farbe zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel, ähm, hellgelbe oder, oder, naja, es gibt gelbe Diamanten, äh, die zum Beispiel unheimlich geliebt sind, die unfassbare Rekordpreise erzielen. Es kommt halt immer auf die farbgebenden Verschlüsse an, die sich darin befinden. Hm, ja, ähm, schwierig. Also ich weiß, was, ich weiß, was, äh, bestimmte, ich war mal bei einem Fachhändler, als ich habe Annes Ring machen lassen. Und da habe ich Preislisten gesehen und mir verschiedene Steine angeguckt. Achso, ne, ich bin dumm. Aber... Es gehört einfach alles zu den Edelsteinen, aber... Genau. Ja, aber es gibt trotzdem verschiedene farbige Diamanten. Ja, ja, das ist schon klar, aber ich wollte jetzt nur meine, meine Aussage war dumm. Ja, kostet nicht so viel das Ding hier, ist nicht immer ein Karat. Ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, äh. Dankeschön, Peter. Okay, dann haut mal raus. Ich bin fertig. Ich auch. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. 4 zu 4 und wir haben nur 10 Produkte, wir sind beim 9. Ich, du... Das kann hier heute in einem Unentschieden enden. Ich, du, ich, ja, 299. Okay, ich habe 184. Okay. Damit geht der Punkt tatsächlich an Paul. Und er geht in der vorletzten Runde in Führung. Der Preis dafür liegt bei 424,83 Euro. Oh, doch so viel. Guck an, das ist teuer. Das ist echt viel. Ja. Er kommt übrigens als, ähm, 100% echter erdgewonnener Diamant. Erdabgebauter Diamant. Entschuldigung. Ähm, und er bekommt, er hat sogar ein Versicherungs, äh, er hat sogar, in dem Zertifikat ist ein sogenannter errechneter Versicherungsersatzwert von einem Höchstwert von, ähm, 1139 Dollar angegeben. Hm. Krass, krass. Warum auch immer dieser Versicherungsersatzwert höher ist als der Verkaufspreis, das kann ich euch allerdings nicht sagen. Also ich sag mal so, beim Fachhändler, der nur diese Steine verkauft, waren die Dinger deutlich günstiger. Hm. Finde ich auch. So. So, mit DHL verschickt. Sehr gut. Genau. Freunde, wir kommen zum letzten Produkt heute. Entweder Paul holt sich jetzt den sechsten Punkt und gewinnt damit oder Olli holt sich seinen fünften Punkt und dann geht das heute hier unentschieden aus, Freunde. Und das letzte Produkt ist... Ding, 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 ding. Oh. Was ist das denn? Eine Geldzählmaschine. Eine Geldzählmaschine. Oh. Hast du gekauft? Zertifiziert? Zertifiziert? Selbstgeld, Alter. Was willst du, was willst du da zertifizieren? Naja, ist doch bestimmt irgendwas, dass sie Fälschungen erkennt. Nee, sie ist kein Fälschungserkenner, sie ist ein Zähler. Ich könnte die Firma dann verklagen, ich zähle was und da kommt dann raus, 1000, gehe damit zur Bank, die sagen, das sind nur 900, dann verklaue ich die Firma, dass er falsch gezählt hat, dafür zertifiziert. So. Ich kann euch ganz kurz erzählen, worum es dabei geht. Es hat auf jeden Fall alle Stecker hier, Amerika, Europa. Hört genau hin. Zählen und prüfen sie ihre Geldscheine. Das prüfen allerdings, ne? Also ich lese erst mal. Die zuverlässige SafeScan 2210 ist eine Banknotenzählmaschine für alle Währungen dieser Welt, welche ihnen schnell und einfach das Auszählen der Kasse am Tagesende erleichtert. So zählt der 2210-Banknotenzähler bis zu 1000 Banknoten pro Minute und führt einen UV-Fälschungscheck durch. Ah, guck an. Siehst du, Olli? Hat Olli recht gehabt. Äh, wird hierbei eine gefälschte Banknote erkannt, löst das fortschrittliche Kontroll- und Warnsystem einen Alarm aus und die Maschine wird sofort gestoppt. Zum Abschluss werden die Zählergebnisse auf dem großen LCD-Display der SafeScan 2010 angezeigt und dank der Additions- und Bündelfunktionen bereiten sie mühelos eine Bankeinzahlung vor. Bei der Lieferung liegen bei Stromkabel für den EU-Raum, die Schweiz, Großbritannien, ein Reinigungs- und Service-Kit sowie eine Abdeckhaube und eine Bedienungsanleitung in mehreren Spachen. Jetzt wisst ihr alles über die SafeScan 2020 10. Der kann aber nur Scheine, ne? Weil das bringt mir nix. Ich hab Münzen. Der kann nur Scheine. Das ist traurig. Ich hätt gerne so eine Brüttel-Zählmaschine. Mann, ich hätt so gerne eine, die mit Münzen zählt. Was wird das denn kosten? Ha, ist schwierig, ne? Ist eher so professionell gedacht mit dem Alarm und so. Weil warum sollte zu Hause bei mir jetzt Alarm losgehen, dann? Gibt's Kundenbewertung? Äh, nein, gab's auch tatsächlich in dem Laden nicht dazu. Ich hab aufgeschrieben. Ich hab wieder meinen ersten Gedanken. Ich nehm immer meinen ersten Gedanken, weil meistens kommt man damit irgendwie hin. Ja, gut, dann komm. Du bist. 270 Euro. Okay, ich hab 500. Okay. Könntest du gewonnen haben. Damit ist es besiegelt. Denn wir enden heute mit einem Paukenschlag und einem Gleichstand. Oh! Es steht 5 zu 5. Dieser Punkt geht an Oliver, denn das Gerät kostet 184 Euro und 85 Cent. Ho! Schnapper! Ein Schnapperschön! Geil! Mann, hätt ich nicht gedacht. So sieht's aus. Freunde, damit Gleichstand zwischen Olli und Paul. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns die Frage stellen, was kostet die Welt? Tschüss! Bis zum nächsten Mal.